Das Hotel Toni Lotke und Motive Kotage liegt in Nangton Beach in KHAOLAK Fang Nguer. Es liegen keine weiteren Empfehlungen für das Hotel vor. Das Hotel bekommt 2,1 von 6 Sonnen und scheint in vielen Bereichen Verbesserungspotenzial aufzuweisen. Leider liegen nicht mehr Bewertungen als die 29 vorhanden vor. Daher sind die Aussagen mit Vorsicht zu genießen. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Die Lage des Hotels ist in den Augen der meisten Gäste zufriedenstellend. Es werden 3,1 von 6 Sonnen vergeben. Service. Für den Service vergeben die Gäste des Hotels 2,5 von 6 Sonnen. Zimmer. Die von den Gästen vergebenen 2,1 von 6 Sonnen für die Ausstattung der Zimmer bieten. Viel Raum für Verbesserungen. Sport und Unterhaltungsprogramme. Bei dem Unterhaltungs- und Sportprogramm konnte das Hotel die Gäste nicht überzeugen. Es erhält nur 2 von 6 Sonnen. Hotel allgemein. Die Kategorie Hotel allgemein umfasst die Sauberkeit und Zustand des Hotels. Hier scheint das Hotel die Erwartungen der Gäste nicht gerecht zu werden und erhält nur 1,7 von 6 Sonnen. Gastronomie. Gastronomisch enttäuscht die Küche des Hotels. Die Gäste geben nur 1,2 von 6 Sonnen für die Küche. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 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 Aufmerksamkeit.